Sehr geehrte Damen und Herren, ich lade Sie herzlich zu unserem 25. Arbeitskreis pauschal dotierte Unterstützungskassen in unserer Räumlichkeiten in Nürnberg ein. Der Arbeitskreis findet am 4. Februar 2013 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Spezialisten diskutieren rund um das Thema betriebliche Altersversorgung im Allgemeinen und im Speziellen die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Näheres können Sie unter bav.fels.de erfragen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.